Genug Training, jetzt wird es ernst. Weil ich jetzt die Aufwärm verkackt habe. Okay, 3, 2, 1... Hey, willkommen, ich bin der Justin. Ich bin jetzt zu einer weiteren Runde, beziehungsweise zur ersten Runde. MonoWaffer mit dabei ist der Rookie Gaming. Hey, was geht? Und man hat deine Anmodi so gut wie gar nicht gehört wegen dem Flugzeug. Wow, okay, da musst du es runterschneiden. Ihr seht oben links bei mir einen Live-Counter, weil wir stehen kurz vor den 1000 Follower. Es ist einfach insane. Riccardo meinte, ich hätte das angeblich schon gecallt. Hm, glaube ich irgendwie nicht. Ich habe auch zumindest keinen Beweis dafür. Ich habe gesagt, glaube ich, es wäre insane, wenn ich die 1000 Follower nächstes Jahr knacken könnte. Und raus. Ja, ich muss mir erstmal einspielen, das ist unsere erste Runde. Und mit meinem Internet, das ist ja brillant. Ja. Also, rein aus der Theorie her könnten wir wirklich mal wieder Raft aufnehmen, Rookie. Aber nur, wenn du willst. Ich wollte gerade mit F meinen Fallschirm cutten, wie in Fortnite. Wir gehen hier irgendwo in einen Gebäude los. Ich bin oben. Ich bin auf dem Dach. Habe ich einen Mate? Alter, was ist bei dir denn los? Bei mir ist der Helikopter. Ne, ich höre gerade bei dir irgendwie ein richtig fettes Rauschen. So ein Brrrrrrr. Ich sag doch, ne? Er trägt sich zu laut. Wow, ist das dein Ernst? Unser Mate ist down. Bei mir ist er eine, ich habe legendäre SMG. Wie viele Frames hast du so durchgängig? Kann ich grad nicht gucken Achso, ich hab gedacht, du hast Shadowplay an Ah, nein Ich komme rüber zu dir Bei mir Warte, 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 ich komme, ich komme Willst du die Muni mitnehmen? Wo hin denn ungefähr? Bei ihm im Haus, bei mir Oh, super, ich komme da nicht hin, Alter Der schwer angehettet Ja, warte, ich komme Achtung, ich mache auf Oh mein Gott, pass auf Da war der Der war übrigens mit Tarnfarben unterwegs Also mit einem Tarnanzug Okay Warte, ich habe eine Drohne Kann ich hier starten? Weiß ich nicht Oh ja Boah, wie lässt dich die steuern, Alter, richtig eklig Warte, ich gucke hier links um die Ecke Ja, ja, ja Links hinten durch ist soweit free Der ist hinten aus der Tür raus Ich gucke mal hier hoch Okay Nicht, dass der jetzt von hinten kommt That was she said Scheint aber gut zu sein Okay Ich möchte verlassen, hallo Was hat er geknallt? Das war meine Drohne Achso Boah, Junge, hast du mich erschrocken Wie hat die denn gepackt? Wollen wir rein? Let's go, komm Ich bin die Pilotin Let's go, Alter Ich bin die Pilotin Ja, ja, ich kann fliegen Mach hier mal was Wie das aussieht Da Nee, ein bisschen weiter weg, bitte Wir lassen den Heli von oben abstürzen Okay Drei, zwei, eins, raus Äh, ich wollte gerade sagen, wie verlasse ich Übrigens, weißt du, was mir letztens passiert ist? Nee Ich habe Ich weiß Ich habe den gestartet Und da sind mir zwei Leute instant in die Rotoren geflogen Ja, das ist mir auch letztens passiert Da habe ich es aber auch, äh, ganz, ganz schlecht war das Äh, wenn du noch Panzerplatten hast, pack die rein Ich habe keine Leider Ich habe hier nur noch eine Ah, ich habe ein mobiles Schild jetzt Hier, warte Hier ist ein epische Schrot Danke Unten am Bus Hier Ich komme von der anderen Seite No Homo Ich bin down fast Pass auf, hier sind wecken Hinter mir Oh, ich bin down Schade Okay, Leute, ab in Gulag Äh, eklhaft Ich probiere, da reinzukommen Kurz ruhig Erlaubt einen erneuten Einsatz Okay, hab ihn Ich habe mit Schrot, okay Let's go Achtung, dein Teammitglied wurde besiegt und dann zurück zur Basis unterwegs Dein Team ist tot Jetzt liegt es an dir Er hat jemand gesucht Er hat jemand gesucht, ein Sicher Klamo vor die Tür Oh, man kann jetzt mehr als fünf tragen? Oh Gott, was haben die denn da? Panzerung Okay Oho Das öhm nehm ich Feinde damit im Einsatzgebiet Oh oh Feinde damit im Einsatzgebiet Glaube ich. Okay. Nimm beide Legendäre mit. Oh, die ist gut. Here we go again. Du bist tot. Schön. Ich höre nichts wegen deinem. Kannst du mich kurz mit dem Juden? Ich probiere es. Ich verziehe ich mich gerade nicht. Okay. Sie sind ihr gewesen. Auf Ziele achten. Perfekt. Der wird nochmal kommen. Und tschüss. Weitliche Drohne über uns. Wo kann ich dich kaufen? Markier mal. Ricardo? Danke. Wo kann ich dich kaufen? Sagt er. Ja, genau. Ja, du willst ja unbedingt Judeo nennen, Kappa. Krauch mal. Ich habe gehört 50-50. Ich mache bei dir auch Videos. Können wir gerne machen, Alter. Wow. Oh, auch noch Ausbild. Oh mein Gott. Auslieferungsrüsterung. Äh, Lüsterung. Genau. Man kennt es. Ähm, da. Ja, Mama. Wo bist du? Äh, hinter dir da. Horufi. Okay, ich komme. Ich gehe mal zu meiner Ausrüstung. Ich freue mich schon, das Video zu schneiden, tatsächlich. So, hier ist eine Ausrüstungslieferung. und die kannst du direkt snacken. Wo? Hier, vorne, da. Geh, geh, geh. Da ist einfach dran. Ah, zwei. Wo? Warte, ich mach dir sofort, wenn ich das Ding kriege. Oh, jo. Geh, geh, geh. Ich gebe dir Feuerschutz. Werfe Granate. Die kommt von da. Einer K.O. Noch einer K.O. Der eine liegt hier um die Ecke. Tot. Hast du? Ja, beide. Oh, schön. Der letzte ist hinten durch. Oh, Digga. Das hört sich an, als wenn ein Moped bei dir läuft. Äh, ja, ich kann da grad nix für. Ich habe drei Platten, falls du welche brauchst. Ich habe sechs. Dann packst du die rein. Hol dir die Ausrüstungslieferung, ne? Oh, ich bin jetzt schon super bestückt. Oh, das hört eine Dame gerne. Weil ich bin hier ingame eine Dame, ne? Der ist irgendwo abgehauen, der Typ. Okay, wir sind drin. Aufpassen, ob sich was rührt. Aber schönes Ding. So. Ich wollte noch mal kurz gucken, was die so hatten. Ich habe einen Super-Sniper mitgenommen. Ich habe, glaube, zwei E-Positions. Ja, ich brauche ein bisschen Muni. Hier ist noch ein Ding ins, ne? Solltest du ihn mitnehmen. Achso. Dann kannst du mehr Rüstung tragen. Ja. Oh, Clemos. Clemo und ein Hard-Bit-Zensor. Oh, boy. Ja, falls es dir aufgefallen ist. Ich habe tatsächlich einen neuen Stuhl. Und das ist auch erstmal eine Eingewöhnungssache, mit dem Ding hier rumzusetzen. Weil, äh, ja. Der ist leicht rutschig. Ich platziere Clemo. Ich platziere Clemo. Da ist doch gerade ein Feind abgesprungen aufs Haus. Hier im Haus drin. Der ist über mir. Ich platziere Clemo. Warte, ich guck mal kurz. Hard-Bit-Zensor. Yo, der ist direkt über uns. Zehn Meter oder so. Der ist runtergesprungen. Beide. War das zwei? Jo. Au. Okay, ich bin weg. Oben auf dem Dingens. Hab ich. Oh Gott. Hab einen. Wo ist der andere? Hier wurde ich geschossen. Beschossen. Ja, den Typen habe ich ja. Links neben mir. Riss. Hier drin. Okay. Sie sind ihr gewesen. Auf Ziele achten. Ist weg. Ist nach hinten. Abkauen. Ach, du lebst noch. Tod. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Bin drin. Boah, Alter. Ich muss aufpassen. Ich bin hier nicht gegen meinen PC. Kein Teammate in der Nähe. Also keine 15 Meter. Hast du noch Dings? Was? Platten. Ja, sieben Stück. Das ist sehr gut. Okay. So. Also da liegt noch ein Sniper, ne? Falls du brauchst. Warte mal kurz. Ich habe selber eine. Den anderen habe ich ja nur per Sniper geholt. Ich glaube, die kam frisch von Gulag, kann das sein? Ja, ja, die kam frisch von Gulag. Der hatte kaum was. Geil. Wir sollen den wiederholen. Komm, mache ich kurz. Ja, du hast übrigens... Ne, du hast kein Geld. Ne, du kannst mir verdrücken. Ne, du hast die falschen Verfolger abgehängt. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlängst. Wir müssen zu Dingens, zu Sohn. Vor uns sind keine Gegner. Also 15 Meter nicht. Ob ich mich jetzt erschrocken. Ich bin Hulk. Keine Gegner bei 40 Meter. Warum weißt du das? Ich habe einen Hardbeat-Sensor. Was ist denn? Ich kann aber nur 40 Grad bei mir gucken. Es war für die Scheißzone. Ja. Links ist ein Auto von uns. Siehst du auf der Karte. Sagen wir gehen, lassen wir ins Präsidentenhaus hier. Ja, lass mich vorher hartbeaten. Da ist keiner drin, so wie es ausschaut. Boah, Junge, erschreckt mich doch nicht so. Lass hierbleiben. Erstmal auf unseren Mate warten. Das wäre gleich so lustig, wenn ich noch einen Claymore-Kill kriege. Ich habe noch fünf Claymores irgendwo platziert. Wow. Geil. Genau, ein Setz oben rein. Jui. Ich habe, glaube ich, vier? Ne, drei habe ich noch. Genau, drei habe ich noch. Tellermine sollten wir immer mitnehmen. Du warst noch nicht im Gulag, ne? Ne, ich war noch, äh, ich bin noch jungfreulich. Wird aber schlecht. Weil, ähm, umso spät das Game halt wird, ne? Nicht, dass du gleich keinen Feind mehr hast. Ich weiß. Aber dann kommst du meistens automatisch rein. Ja. Wir sollten jetzt auch nicht so weit vorpushen. Das ist eine Drohne. Frei. Oder Jets. Whatever. Herzlich willkommen im Battlefield. Wir rasieren mit Herben. Wir rasieren mit Herben. Wer rasiert mit Herpes? Ich habe Verstärkung auch gerade. Wir rasieren mit Herben. Äh, Kerben. Kerben. Wollt ihr nicht, was? Wow. Ach ja, ich habe eine Sparstelle auch schon. Upsala. Feindliche Drohne über uns. Bekado, ach nee, du hast deine Platten drin. Ja, ich bin platzi, platzi. Na, platzi bist du doch nicht. Hier im Racket-System, das wär's. Gibt es? Ich hör Ballerei. Irgendwo links von uns Richtung Westen. Ich hab nix auf dem Hardbeat-Zensor. Alles gut. Wir sollten aber echt mal hier die Flaggen holen. Weil dadurch siehst du, wo jetzt die nächste Dingens ist. Die nächste Zone. Hier sind immer gerne welche. Oh Gott, der Hardbeat-Zensor. Können wir eigentlich... Der Scan auf 15, 16 Meter. Feindliche Drohne über uns. Jetzt öffnet sich ein Flair. Na super. Wo bist du? Ach, boah, ich hab grad gedacht, du wärst ein Gegner, Junge. Der Scan reitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Jetzt achte gleich mal auf die Map. Verliehen, Schüsse! Oh, Junge. Nein, 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 nein. Ich werd trotzdem beschossen. Ich bin im Gulag. Bitte, gib mir keine Diegel. Bitte, gib mir keine Diegel. Der nächste Kreis ist übrigens bei euch. Gib mir keine Diegel, sonst bin ich gefickt. Oh, ich hab ne Auto-Shotgun. Das dürfte gut werden. Auto-Shotgun? Ja. Kurz ruhig. Bin da. Bin wieder da. Bin wieder da. Oh, wir haben übrigens ein Abo dazubekommen. Ich komm direkt bei euch runter, ja? Vielen Dank. Feine sind bei uns. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich bin wieder down. Lol. Riccardo, ich bin wieder tot. Äh. Ich hab Leertaste gedrückt und er ging nicht auf, der Fallschirm. Wie viele Kills hast du? Äh. Ein. Tatsächlich. Ich hab aber sehr viel mitgeholfen. Ne, du hast zwei. Du hast zwei. Zwei? Okay, bei mir steht eins. Ich habe acht. Das ist auch noch in Ordnung. So, dann machen wir das Spiel verlassen. Meine beste Runde war damals mit zehn Kills, ja? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, weil das waren 19 Minuten. Haut rein. Tschüss mit V. Tschüss. 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 Vielen Dank.